Musik Das Festival Bitter Europa geht in sein 21. Festivaljahr. Wir vom Autohaus Pörna unterstützen gern das Festival, weil hochwertige Kultur einfach nach Pörna passt. Erleben Sie Spitzenmusiker auch in Pörna. Am 21. Juni gastiert die Prag Basson Band im Tom Pauls Theater. Ich würde mich freuen, wenn Sie mit dabei wären.